Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar ist es jetzt 19.29 Uhr und ich bin so müde. Ich bin erst jetzt gerade aufgestanden und Lola war schön im Wald, so gesehen. Ich habe die Lola heute mal so Hallo sagen und dann die anderen so, ja, ich will es nicht machen. Die Lola ist abgegeben, sie ist schon bald gegangen. Da vorne ist gerade in der Wald und dann ist sie halt im Dorf vorne irgendwie aufgetaucht. Und ich bin so müde, also mein Arm fällt jetzt schon halb ab. Aber ich habe meine Horsin und mich auch mega hässlich. Aber jetzt weiss ich noch nicht was ich mache. Die Aussicht habe ich eigentlich noch nie gezeigt, aber ich mache gerade. So sieht die Aussicht aus. Also, so sieht es aus. So sieht es aus. Da vorne ist das Zentrum. Dann ist es hier und dieser riesige Garten. Es gibt aber auch noch andere. Ich weiss noch nicht was ich machen werde. Vielleicht... Ich mache mich jetzt einfach nachher da ziehen. Ich habe so eine Haarebande angehört und jetzt habe ich das voll der scheisse Ding. Und jetzt ist meine Hand immer noch. Weiss ich gar nicht. Oder auch ein bisschen. Egal, ich mache mir das nachher bereit. Und dann geschirren es auch später. Also, ich kenne es auch bis morgen. Wir sehen dich dann nachher. Und... Yes... Ähm... Ich habe Hunger. Wie gesagt, ich sehe es auch nachher. Also, wir haben jetzt zu morgen gegessen. Und wer ist da? Loli! Oh mein Gott, Schätzchen! Lola! 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 So, ich schaue gerade hier hinzu und ich gebe es auch machen. Lola! Und ja, ich sehe es gerade auf dem Boden. Und nachher gehen wir noch mehr. Jetzt würde ich irgendwelche machen. Vielleicht mal die Sachen überladen für den Vlog. Und jetzt, dass du schon gekommen bist. Und dann sehen wir, was ich. Spürt ihr dann mal? Also ich habe mich jetzt hier umgezogen, habe ich das hier angezogen. Ich dachte, das wäre von Taily Whale, ich weiss jetzt gerade nicht ganz. Und die Hose ist auch von Taily Whale. Und wir werden heute an den Markt gehen. Und ja, wir gehen jetzt nachher und dann sehen wir, wie ich bin. Also wir sind jetzt am Markt. Das ist zu viel. Und es ist peinlich, wenn ich mit der Kamera rede, aber ja, das müssen wir machen. Schauen wir uns mal, und ja. Ich habe mir jetzt eine neue Hose geholt, das sind die hier. Und wir dürfen sich jetzt noch umeinander wachen, aber ja. Also Leute, ich habe mir jetzt eine neue Hose geholt, die da vorne auch geschwitzt ist. Und es ist jetzt gerade die Zeit. Bis später. Also wir sind jetzt im Auto und wir fahren jetzt zurück ins Haus. Es hat gerade geblitzt. Also wir haben einfach etwas getrunken und gegessen gehabt. Und dann zeige ich euch, was ich so alles gekauft habe. Also wir sind jetzt zurück heim und ich kann euch jetzt zeigen, was ich... Was ich so alles gekauft habe. Und zwar habe ich euch schon im Vlog gezeigt. Ich habe mir heute die Hose gekauft. Das ist halt richtig gut. Sie geht halt auch etwas hoch. Das ist halt High West. Ja, da ist Buchnobüder. Also, schön Ding. Dann habe ich auch noch andere Sachen geholt. Und zwar haben wir vorher schon gesehen, dass ich mir so eine geile Handyhose geholt habe. Sie ist so richtig so Knallpink. Und man sieht da, dass es so eine Blastigding drauf hat. Und jetzt zum Beispiel. Und das ist halt auch richtig cool. Also es ist jetzt... Ähm... Jetzt hier... 16 ich 10. Und ja. Und dann habe ich so eine Schiebe geholt. Und so... Ähm... Sachen draufgeschrieben geworden sind. Hier sind so Städte draufgeschrieben. Dann habe ich hier noch so eine Würste geholt. Obwohl ich eigentlich eine Würste habe, habe ich sie trotzdem geholt. Und sie ist richtig geil. Und dann habe ich mehr... So etwas geholt. Ich denke doch bestimmt so... Was ist das? Und zwar kann man hier... Sich Wasser reinfüllen. Und dann kann man hier halt so spritzen. Da sieht man, wie das so eine Ding... Wenn man Dings macht. Du, du. Dann kann man hier auch noch anmachen. Und dann kann man so... So ein feines Wasser umeinander dingseln. Und ich finde das noch richtig lustig. Zum Beispiel bei Challenges oder so. Kann man das einfach noch gut benutzen. Und... Ja, wir sind jetzt zu Hause. Wir werden nachher dann noch essen. Und ich liebe auch die Hülle. Nachher werden wir gehen. Es regnen, sodass es richtig scheisse ist. Ah lalalala. Es geht mit dem Wasser. Machen. Du bist ja lustig. Das weißt du. Also den Bespielerinnen und... Ich. 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 Ich habe das Kleidle abzogen. So eine... so grünen Heli gestreift. Ähm. Ja. Ist so lang. Und jetzt macht mich parat. Und das kann er dann im Schnelldurchlauf mit sehen. Und ich. Los, Musik! Ich hab er wegen den Läggen. Ich hab ihn gehobe. Duh. Musik Also ich habe mir das Fahrrad gemacht, habe mir ein Faderschmanz gemacht, habe die irgendeine Fahrt schon angehört und ja, habe mir das Fahrrad aufgemacht, ein bisschen liebt los, ich weiss nicht ob es passt, aber he he, aber ich habe dann bei meinem Handy die neue Farbe habe ich gedacht, das könnte auch ungefähr passen. Was heilt ihr von diesem Outfit, sage ich jetzt mal, ich habe dann noch meine schwarzen Adidas Sneaker an, steh mal da oben ab, was ihr von diesem Outfit heilt und dann höre ich Musik, mache ich irgendwie, fange ich schon an mit dem Video verschneiden, wird wahrscheinlich der Laptop ins Restaurant mitnehmen, weil ich weiter schneiden muss und dann sieht, was das ist vielleicht später oder dann sonst im Restaurant. Also ihr seht jetzt gerade da aussen, schreibt mir das Video, also es ist im Moment gerade nicht wirklich das schöne Wetter, weil es immer im Donner ist und am Blitzen. Aber I have here a Rivela. Ich hoffe, ich bekomme das schnell hinweg im Video verladen. Ich werde glaube ich auch noch auf Insta folgen, wenn ihr das Video wollt, wenn ich dann fertig bin. Ähm, ja. Und dann, wenn ich dann fertig werde, vielleicht werde ich es auch später so 11 Uhr aufladen, I don't know. Und, ja, ähm, ich habe es gerade auf meinem kleinen Stativ aufgebaut, auf meinem Handy-Stativ. Und ich finde es richtig praktisch. Und dann, wie gesagt, ich möchte es da auch ein bisschen durchsetzen, einfach bearbeiten. Also wir sind bei meinem Restaurant, ich muss da auch ein bisschen Lise geredet. Ähm, wir haben jetzt eine Pizza. Und, ja. Also wir sind jetzt zurück und wir werden jetzt ins Bett gehen. Und ich hoffe, ich hätte dir der Vlog gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen nachhoffen und abonnieren meinen Kanal. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! 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 Ciao!